Jo, was geht ab? Mein Name ist Derek Amorco. Erstmal willkommen hier bei der vierten Folge. Erstmal würde ich Danke sagen an alle Leute da draußen, die weiterhin das Ganze mit mir teilen, die weiterhin mich motivieren, die weiterhin noch Storys mit mir teilen und deren Erfahrungen mir erzählen und wir darüber reden und wir uns gegenseitig austauschen. Also es ist wirklich krass und hätte ich nicht so gedacht, aber das war so meine Vision, dass ich genau diesen Leuten einfach inspiriere und auch irgendwie auch helfe. Und natürlich auch dann meinen Vater auch irgendwie zu ehren in dieser ganzen Sache. Und wie gesagt, wenn ihr neu hier seid, müsst ihr das allererste Video gucken, sonst versteht ihr das Ganze nicht. Deswegen guckt euch das erste Video an und guckt euch die erste, die zweite und die dritte Folge an. Dann wirst du einen ganz anderen Blick haben auf das Ganze. Und ja, ansonsten habe ich heute zwei Onkels am Start, die sind zwei Geschwister. Bei dem Video davor, was letzte Woche rausgekommen ist, habe ich meinen, ja, auch Onkel, der beste Freund von meinem Vater, der in Ghana lebt, mich interviewt, aber der hat mir ein Video geschickt und da habt ihr halt gesehen, was in Ghana passiert ist. Und heute habe ich jemanden dabei, wie gesagt, mein Onkel, der auch ein guter Freund von meinem Vater ist, der in Ghana dabei war und der auch natürlich auch hier die Beerdigung auch miterlebt hat. Das heißt, für ihn war, glaube ich, der Zeitpunkt noch extremer, noch krasser. Ja, also, wie gesagt, und sein Bruder ist auch am dabei. Der erzählt auch einige Sachen, der war auch in Ghana dabei. Und bin sehr, sehr gespannt, was die beiden mir erzählen. Es kann sein, dass die auf Chi reden, es kann sein, dass die auf Deutsch reden, es kann sein, dass es ein Mischmasch ist. Deswegen, ja, seid mir nicht böse, weil, ja, wie gesagt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Ja, man, let's go. Ja, ich habe hier meine beiden Onkels, die am Start sind. Wir werden eine Schweigeminute machen. Und, ja, man, aufstehen, oder? Ja. Du auch, du bist. Danke. Ja, man. Erstmal, wie geht's euch? Geht gut. Ja, ich habe den Leuten ja gesagt, dass ich heute, ja, meine Onkels am Start habe, die, ja, auch im Ghana dabei waren, die auch hier dabei waren, die auch die ganze Beerdigung erlebt haben und so. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr beiden zu erzählen habt. Und, wie gesagt, das Ganze ist auf Deutsch. Deswegen wirklich danke an euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr das Ganze auch auf Deutsch macht, weil, ja, wie gesagt, wir wissen ja, das Deutsch ist nicht so gut, aber, dass ihr euch hier hinstellt und das machen wollt, zeigt einfach diese Liebe, die ihr auch habt für meinen Vater und auch für mich. Und deswegen erst mal danke an euch beiden. Und ansonsten stellt euch mal beiden vor, wer ihr so seid, ja, damit die Leute da draußen wissen, was ihr macht. Fangen wir bei dir an. Okay, danke. Sie heißt Kofi Euphori. Und Kofi immer bedeutet, ist Vater weggekommen. Das heißt, diese Kofi. Achso, Kofi. Und wir haben so viel Kofi. Und waschen wir mal Brüder Kofi. Und die Brüder auch. Wenn ich immer, wenn ich sage, Kofi, Brüder ist, ich meine es, seine Vater. Das heißt, ich sage immer, Brüder, das ist Kofi. Ja, sehr gut. Und du? Ich heiße Aukofi am Vater geboren. Das ist meine große Brüder. Ja. Und wir haben damals viel Spaß gemacht mit deinem Vater. Der ist so mein lieber Mann. Der ist ein netter Mann. Wir vergessen nie im Leben. Der ist so nett. Wenn Hilfe verblockt, ist er sofort immer da. Wenn du bist angeladen, geschieht auf deinem Vater. Wir sagen nie, dass wir nicht kommen. Wir versuchen, was du bist, was du üben kannst. Genau. Deswegen danke ich euch auch beiden, dass ihr gesagt habt, ey, wir machen das. Das war mir, bin ich einfach nur dankbar. Und ja, ihr habt ja das ganze Jahr mitbekommen, was ich mache. Dass ich so viele Folgen drehe über das Thema von meinem Vater, was damals passiert ist. Ihr habt es ja mitbekommen. Ihr habt euch vielleicht auch einige Videos angeguckt von mir. Wie findet ihr das? Was ich mache. Ja, an der anderen Seite, ich finde alles gut. Und diese Geschichte zu erzählen, weil damals du krank bist. Und jetzt, du wolltest alle wissen, wie was passiert ist, was los war. Und du diese Idee bekommst, diese Geschichte zu erzählen mit deinen Freunden oder Freunden oder anderen Bekannten. Das ist sehr, sehr interessant. Wenn ich gesehen habe, dann habe ich gesagt, wow, das ist sehr, sehr interessant. Ja, dann fangen wir direkt mal an. Wie habt ihr eigentlich meinen Vater kennengelernt? Wie habt ihr kennengelernt? Wie wart ihr mit ihm, bevor wir zu dem richtigen Thema gehen? Wie war eure Relation? Wie war eure Relation? Wie war eure Relation mit meinem Vater? Das ist eine gute Frage. Wie haben wir alle zusammen Fußball gespielt? Okay. Nein, genau. Am Anfang, wenn ich Spitzvaterin war, und das Einzige, das habe ich früher schon gehabt, ist sein Vater. Ah, mein Vater. Genau. Mein Vater hat früher schon gehabt, ein Auto, und der Hilfeblock, dann rufe ich immer seinen Vater. Beispiel, wenn wir Besuch in Limburg, wir haben ein paar Leute kennengelernt in Limburg, so sein Bruder ist ein Auto gehabt, und wir fahren zusammen in Limburg gefahren, und dann zusammen Fußball gespielt, und dein Bruder war sehr, sehr nett. Ich habe gemerkt, ah, dein Bruder ist, dein Vater ist sehr, sehr nett. Und dann, wir haben viel Kontakt gehabt. Seitdem Kontakt. Das ist der Anfang. Wie bist du bei dir? Genau, das habe ich mit meinem Bruder erzählt. Er kam in Lisbaden, und mein Bruder war erst hier, und kam später, und hat mir vorgestellt, der ist ein Bruder, der heißt Richard Apopo, aber mein Spitzname heißt Nancy. Ach so. Nancy Kofi. Weil wir haben so viele Kofi in Lisbaden hier. Ja, das ist ja. Nancy Kofi. Okay, wir haben kennengelernt. Und wir haben wieder erzählt, wir haben mit dem Fußball gespielt, und Hans Loh, der war nicht mit dem Fußball gespielt, der war, die Mannschaft war nicht mehr, und wir haben von uns mit dem Grill. Mhm. Du kannst sagen, die ganze Geschichte, da war es mit dem Grill. Ja, 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 ja. Also, wirklich. Wir haben die Grill im Hof, und wie gesagt, der Einzige hat ein Auto. Einkauf. Mhm. Egal, Mann, Grill, und sagen, egal was ist, der mag gerne. Mhm. Wir versuchen, was geben kann, mit dem Benzin, die sagen, nein, das wollen wir nicht sagen. Wir machen Spaß. Und wir haben durch die Zeit gehabt, und viel Spaß gemacht. Mhm. Ihr habt ja schon neben uns gewohnt, damals. Genau, ja. In den Hof. Genau, ja. In den Hof. Der war klein. Der war klein. War eine geile Zeit. Wir haben schon immer Spaß gemacht. Mhm. Und ich bin sehr traurig heute. Mhm. So war es mit, wir drei hier, wegen der Vater, Geschichte, und ich bin schon so traurig. Mhm. Ich erinnere damals. Ja, ja. Zurück zu der Vergangenheit. Es hat schon so Spaß gemacht, und jetzt, jetzt nicht mehr hier. Jetzt nicht mehr hier. Aber, bis du da, den Namen vergessen wir nie. Den Namen vergessen wir nie, auf jeden Fall. Und, weil ich kann mich noch an eine Sache ganz genau erinnern, wir waren einmal, Schlachten waren wir. Ob ich dich erinnern kann. Wir sind einmal, ich glaube, irgendwo waren wir Schlachten oder im Schlachthof oder so. Und dann war ich einmal mit, bin ich einmal mitgegangen. In den, in den, in, in Spornheim. Ich weiß nicht mehr, in Spornheim. An dem Tag habe ich, also das kann ich noch erinnern, als wäre das gestern. Also, da habt ihr mir damals den Ziegenhorn gegeben, und so sagt, hey, hier, guck mal, hier nimm das so. Weißt du. Und, war auf jeden Fall sehr lustig, und auch wie du gesagt, die Videos habe ich auch gesehen, und die Bilder und so. Ich habe auch gesehen, dass ihr hier generell sehr, sehr viel Spaß hattet damals. Sehr, sehr viel Spaß hattet. Ja, Mann. Und, ähm. Was ist sehr, was ist noch interessant ist, die Brüder mag Gré, aber esst nicht. Es ist kein Fleisch. Esst kein Fleisch, es ist kein Fleisch, es ist nicht, es ist nicht. Es ist nicht. Mitmachen, aber es, nur ab und zu es an Fleisch, aber immer nur so, oh Brüder geht, alles okay. Es fehlt mehr, die reden, aber es ist eine sehr, sehr nette Mann. Und das Einzige, damals, wir haben immer ankauft und jede zahlt 10 Euro mit der Familie und alleine auch 10 Euro. Ich war damals alleine. Ich hab gesagt, warum zahlt 10 Euro? Damals war D-Mark, ja, zahlt 10 D-Mark und euch zahlt auch 10 D-Mark. Und ich hab gesagt, warum zahlt 10 alleine? Das ist ja auch keine Familie, klar, dann klang wieder bei uns in der Welt mit einer Schwester plus Mama und Vater. Also Pech, entweder heiraten und dann bis jetzt dann Familie oder zahlt 10 Euro, 10 D-Mark und sonst. Also okay, gut. Und irgendwann hab ich meinen Partner kennengelernt, in Ghana. So, okay, nächstes Mal, wir mal reden und dann schon 10 D-Mark zahlt mit deinem Partner. Das ist schön. Ich vergesse ihn nie. Ah, geil. Sehr schön. Boah, also ihr habt bestimmt viele Erinnerungen, die ihr bestimmt habt und so. Das ist wirklich krass. Weil ich habe angefangen mit der ganzen Sache und hab ja die Story erzählt, wie mein Vater gestorben ist, was dahinter sozusagen passiert ist. Für die Leute, die die dritte Folge angeguckt haben, also wie gesagt, ich habe hier beide dabei, die in Ghana dabei waren. Und zu denen kommen wir jetzt, was in Ghana passiert ist, wie, was und so weiter und so fort. Weil in einem Blick habt ihr, aber es waren noch andere Personen dabei, die in einem Blick haben. Und da wollte ich euch einfach fragen, so, was ist genau in Ghana passiert? Wie war das so? Wie war die Zeit? Weil ihr seid ja mit ihm nach Deutschland, von Deutschland nach Ghana geflogen. Und dann in Ghana ist was passiert und dann seid ihr wieder zurückgekommen. So, wie war diese Zeit so für euch? So, wenn ihr euch noch erinnern könnt. So, was ist genau passiert? Was ist genau passiert ist, ich bin mit Bruder Zulam geflogen. Ich bin mit an dem Frühstück, ähm, Kalein. Und Bruder hat mir angerufen, vom Zuhause. Und Frankfurt gefahren, Flughafen. Und Hamzada, Akra. Mhm. Wir waren zusammen über Nacht in Akra. Und am nächsten Tag, Kumasi gefahren. Und dann, wenn wir, wenn wir in Kumasi waren, immer mit meinen Brüdern zusammen. Mhm. Kofi und eine Bekannte von mir heißt, Biu. Mhm. Biu. Und, und der war immer zusammen. Und damals, I remember, die Chipkarte, SIM-Karte war teuer. Und dein Bruder wollte unbedingt SIM-Karte haben. Mhm. Und eine Bekannte von mir, Biu, kann jemand, kann man diese SIM-Karte besorgen. Und dann, ich habe mitbekommen von meinem Bruder, wenn der, äh, 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 der Bruder gestorben war. Später, ich habe mitbekommen, die Bruder angefangen zu diskutieren mit der Karte. Mhm. Ich glaube, damals, er war Anfang von dir. Mhm. Was, was passiert? Was passiert? Was krise Krankheit. Und dann, ich sag, ja, Biu, gib mir die Karte hier. Wollen wir uns nichts geben. Die Karte ist teuer. Wenn immer. Diskutiert. Diskutiert und ein bisschen aggressiv. Mhm. Und dann, mein Auto war kaputt. Denn ich war in die Weltstraße gefahren und war mit meinen Brüdern und die sehr bekannt. Mhm. Der war. Die zu dritt waren. Die zu dritt waren. Die zu dritt waren. Die war. Unterwies. Mhm. Und was genau dann ist dann in Ghana sozusagen passiert? Also, du hast ja miterlebt, ja, als diese Krankheit dann angefangen hat, hast du ja dann miterlebt. So, wie war das, du hast ja mit den eigenen Augen dann auch gesehen. So, wie war das dann so für dich? Wie hast du dich gefühlt? Was hast du gesehen? Mhm. Wie hast du so meinen Vater so gesehen? Ja, was ich gesehen habe, war sehr traurig und ich kann sagen, es war schlimm auch. Mhm. Urlaub machen. Und dann, so was passiert. So was passiert, ja. Und wie was passiert ist, ich weiß nicht genau. Mhm. Aber Mitte, Mitte Nacht, ungefähr, ähm, zwölf Uhr oder eine Uhr Nacht, und kommt der Onkel, also mein Onkel vom Bruder kommt. Und dann machst du ganz laut die Tür klopfen, bum 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 bum, raster, raster, mach die auf, mach die auf. Sag, was ist los? Ja, Bruder ist krank. Bei euch immer unterwegs, ich weiß nicht genau was passiert, und jetzt Bruder krank ist. Und sag, hä? Okay, denn ich habe aufgestanden, angezogen. Und dann direkt bei der Familie gefahren, mit meinem Bruder. Mhm. Und wir waren dort, und Bruder sagt, oh Bruder, jetzt ich gehe nicht gut, und erzähl immer irgendwas. Und dann immer früher hin und hier hin und hier hin und hier. Sag, Bruder bleib ruhig. Und dann, Bruder hat so viel erzählt. Mhm. Viele Sachen gesagt, so viel erzählt. Und dann, ja, wir haben versucht zu beruhigen. Zu beruhigen, ja. Aber, geht nicht. Denn immer laufen hin und hier hin und hier. Und wir haben gemerkt, oh, wir konnten nicht helfen. Mhm. Und dann, wenn wir das besser machen, ist ein krankes Haus. Bring, ja. Bring. Und. Und. Morgen. Fünf Uhr. Morgen früh. Und die Bruder haben angefangen zu abhauen. Mhm. Von zu Hause. Und wir haben gesagt, nee, das geht nicht. Mhm. Oh mein Gott. Was ist los? Was ist los ist? Ja. Und wir waren zusammen im Park. Die Spielplatz. Und wir mussten versucht zu festhalten. Ja. Aufzuhalten. Festzuhalten. Festzuhalten. Und dann, wir haben Bruder festgehalten. Und. Und. Unser bester Versuch. Zu helfen. Mhm. Mit meinen Brüdern. Und. Ja. Wir haben zusammen ein Krankenhaus. Gebraucht. Gebraucht. Aber es gab es eine. Kurz. Es gab es zum Beispiel. Thomas hat ja gesagt. Dass. Es gab es einen Moment. Da habt ihr euch beide festgehalten. Du mein Vater. Ihr habt euch festgehalten. Und dann zusammen auf den Boden gefallen. Und habt ihr alle angefangen. Also du hast dann sozusagen angefangen zu weinen. Ähm. So wie ich es jetzt erzählt bekommen habe. Und so wie die Leute da draußen es auch erzählt bekommen haben. Ähm. Dass es dann einen Moment gab. Wo ihr zwar euch. Sag ich mal so. Ja. Und dann auf den Boden gefallen seid. Und dann. Ähm. Das Ganze so. Traurig gewesen ist. Weil ihr auch gemerkt habt. Ey. Wir können nichts machen. Ja. Wir sind hilflos. So wie hast du dich gefühlt? Ja. Wie war das so für dich? Bevor ihr dann im Krankenhaus gekommen seid? Ja. Ja. Ich habe schlecht gefühlt. So. Wir waren in Ghana. Ich glaube drei Tage. Drei Tage. Weißt du. Ganz. Und dann so passiert ist. Und die Mama nicht da. Und die Frau auch nicht da. Und zum Beispiel. Die Kinder auch nicht da. Weißt du. Wenn es so passiert. Wenn die Freunde oder Kollegen Urlaub gefahren. Und dann so passiert ist. Das ist dann. Sehr sicher. Und traurig. Wir müssen. Als ich versucht. Unsere Besten zu helfen. Ich war nicht so einfach. Weißt du. Ja. Sein Vater aus. Kraft. Ja. Weil der Vater auch Kraft hat. Viel Kraft gehabt. Die so einfach. Fässert. Wie war das dann im Krankenhaus gegangen? Wie war das dann? Was dann passiert? Ja. Krankenhaus. Damals. Ich glaube. Morgen. Sechs Uhr. Wir waren im Krankenhaus. Und. Arzt war nicht da. Kein Arzt. Denn wir müssen warten. Bis der Arzt kommt. Und wir haben gewartet. Wartet. Bis sieben Uhr. Kommt kein Arzt. Aktuell. Oder neun Uhr. Aktuell dreißig. Halb neun. Denn wir haben gewartet. Dann kommt der Arzt. Wenn der Arzt kommt. Denn wir müssen die Spritze geben. Zu beruhigen. Und. Er konnte nicht alleine beruhigen. Er versteht es nicht. Egal was zu sagen. Das will sie auch nicht. Ja. Der will sie auch nicht. Und dann. Wir müssen sie festhalten. Und. Und. Bruder. Ich wollte meine Beine festhalten. Mhm. Und ich gehe so unter. Und der Bruder hat meine Haare festgezogen. Bezogen. Und dann. Die. Drei Männer waren da. Ich glaube meine Bruder. Und Thomas. Und. Ja. Onkel Ademain. Und noch andere dabei. Und dann die. Die Krankenschwester. Und dann die. Doktor. Hat alles festgehalten. Und dann. Haben meine Haare freigelassen. Und dann Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Mhm. Die Spritze gegeben. Und dann beruhig. Und dann. Angeschlafen. Mhm. Und danach. Was danach passiert. Oder eingeschlafen ist. Was ist noch schlimmer. Schlimmer war. Ähm. Alle. Alle waren nach Hause gegangen. Mhm. Und ich war auch nach Hause. Den. Onkel Ademain. Und dann haben wir angerufen. Mhm. Rasta. Rasta. Ich besuche Bruder. Im Krankenhaus. Aber Bruder. Ist nicht da. Abgang. Was. Ja. Bruder ist nicht da. Wo. Ich weiß es nicht. Ich habe überall gesucht. Ich glaube mit. Mit Bruder zusammen. Im Krankenhaus. Und der Bruder sagt. Okay. Ich komme gleich. Mhm. Ich komme gleich. Und der Bruder hat einfach so. Ja. 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 Heimlich gegangen. Ja. Ich habe geschockt. Wo ist der so. Wo ist der. Das. Das war nicht gut. Weißt du. Der Bruder. Aber. Der Bruder mag was. Aber er weiß nicht genau was er macht. Er macht. Entweder gut oder nicht. Ja. Ich habe geschockt. Okay. Ich habe schnell wieder ins Krankenhaus gefahren. Und dann. Ich habe überall gesucht. Und dann. In meinem Krankenhaus. In meinem Krankenhaus. Da gibt es Amoebis. Und die Amoebis. Ja. Amoebis. Die Amoebis. Und diese Amoebis. Und dann. Ich habe gesagt. Okay. was ich machen kann, ist, ich mag Anzeigen. Vermissen Anzeigen, sowas genau. Und ich war zufällig, Polizistin, ich habe gesagt, ja, ich mag Vermissen. Anzeigen, genau. Anzeigen von meinen Brüdern. Und alles geschrieben, was passiert, wie alt und so, ich alles erzähle. Und dann, ich komme wieder zurück ins Krankenhaus. Und Adjima sagt, oh Rasta, Adjima hast du angerufen. Wir telefonieren immer. Beide telefonieren. Und dann wieder, ich rufe meinen Bruder. Ja, also jedenfalls Neues, weil es gibt Neues und so. Und Adjima sagt, ja, Rasta, Rasta, ich habe Bruder gesehen. Wo? Ja, in den Amibes gibt es eine Kirche da. Und mein Bruder hat einfach an der Kirche angegangen. Er sagt, ja, ich habe Durst. Und er hat Wasser gekauft. Und er hat getrunken. Und dadurch zu dem Priester, ja, bitte kannst du mir bewegen. Und dann alles so gemacht. Und mein Bruder kommt zurück ins Krankenhaus. Und ich bin happy, dass er wieder da ist. Dass er wieder da ist. Und danach, Bruder wollte unbedingt nach Hause gehen. Und ich habe gesagt, nein, Bruder, abwarten. Ja, Bruder, komm, wir gehen nach Hause zusammen. Sag, Bruder, bitte abwarten. Ja, was wir machst hier? Warum bleib hier lange? Ja, siehst du, Rasta, siehst du, du hast schon geduscht. Guck mal, du hast nicht geduscht. Ich habe nicht geduscht. Warum? Mach so. Komm, wir gehen. Sag, ja, warte mal, wir warten. Und da musste ich Medikament schreiben und so. Nein, komm, wir gehen nach Hause. Und wir waren so viel da. Und die Dach, die merken schon, wie der aussieht. Ja, der war nicht so, genau. Der war nicht so dreckig. Ja, weil wir waren schon zehn, wie sauber, wie dreckig war. Ja, so schnell duschen. Papa war immer sauber. Genau, immer sauber, ja. Sauber, ja. Und ein bisschen Blut auch, diese Spritze. Ah, okay. Und wir waren so vier, fünf Leute immer, eine G. Und dann, wir sind dritt, eine G, zwei. Und dann, ich bin ein bisschen mit dem Bruder. Und der Bruder wollte unbedingt nach Hause gehen. Rasta, komm, wir gehen nach Hause. Ja, warte mal, warte mal. Ja, wie lange hast du es warten? Guck mal, ich bin nicht geduld, warum? Und dann, bis acht Uhr nachts, ich habe gemeldet, ja komm, keine, was Neues. Ja, dann kommt der Nachricht, was... Keine Nachricht, oder besser nach Hause. Ja. Und dann, ich habe immer mit dem Bruder geredet. Ich will wissen, wie es dem geht. Wie es dem geht. Entweder besser, oder nicht, oder immer noch. Schlecht, oder... Schlecht, oder... Und dann nach Hause gefahren, und... Sofort, im Bad. Mhm. Und er hat geduldet. Ja. Ja. Und ein bisschen unterhalten. Ich wollte immer ein paar Fragen zu wissen, wie es gut ist, oder wie es geht. Und... Und... Ich habe so, okay Bruder, jetzt fahre ich nach Hause. Okay. Gut. Ich habe mir vor der Tür den Schuss gesagt. Ja. Sofort, morgen aufgestanden, und ich habe... Dadurch wieder nach Hause, äh... Bruder gefahren. Mhm. Zu wissen, wie es geht. Aber Gott sei Dank, wenn ich da war, den Bruder war. Und danach habt ihr ganz normal dann... Den Urlaub, sag ich mal, dann verbracht. Bis ihr dann nach Hause gekommen seid. Denn ich wollte ja auch... Wissen, alles gut ist, oder nicht. Sag, Bruder, komm, nimm die Schüsse. Fahr. Mhm. Wo? Ja, wir gehen hier. Denn es gibt Schüsse. Ja. Kann fahren. Ich wollte mehr. Ich wollte wissen, entweder gut geht, oder nicht. Aber es war top, alles war okay. Seid ihr dann noch zurück nach... Also seid ihr dann von Ghana zurück nach Deutschland zusammen wieder geflogen, oder? Nee, zusammen nicht. Ich habe... Ich glaube, ich bin Samstag geflogen. Und Bruder, ich habe so viel gepackt. Guck mal, bitte nimm meine Schuhe, zwei Schuhe, dann bringst du mit. Ich sagte, kein Problem. Ich habe... Ich habe... Ich bin... Samstag geflogen. Und Bruder war... Auch Mittwoch. Mhm. Und Bruder hat mein Zimmer genommen. Ja, Bruder, ja. Ich gehe nicht mehr zu Hause. Ich bleibe hier bis Mittwoch. Ich sage, okay. Keine Probleme. Und... Ja. 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 Und auch für dich... Du hast ja... Du hast ja erzählt, dass... Also du hast mir jetzt privat gesagt, dass... Auch in Ghana... Dass du... Du warst ja in Ghana und die waren alle schon in Deutschland bei meiner Vater. Dann hast du ihm gesagt, dass er dich abholen soll. Kannst du nochmal dazu erzählen, was du mir erzählt hast, wo die Kamera nicht an war? Die Ali, ich war die letzte in Ghana, die Ali war schon weg und ich habe dann Papa gesprochen, mal sechs, sieben Wochen, ich war immer sechs Wochen am Stück, sechs Wochen am Stück, ich war die letzte und habe schon Papa telefoniert, damals, der war schon am Donnerstag, über Nacht geworden, wo man am Freitag abholen kann. Wie am Anfang gesagt, Papa sagt nie. Ja, ich hol dich ab, ich hol ihn ab, natürlich kein Problem. Sagt nie nein, sagt nie nein, du kennst Papa auch. Dann hat er mich abgeholt und hat mich heimgebracht. Okay, ich koche gerne, ich koche gerne. Papa essen Puffo auch. Und ich sagte Kofi, ich sagte Brüder, wir essen was, kein Problem. Aber ich habe kein Fleisch. Okay, gut, wir fahren mal Schlagtuch. Wir waren Schlagtuch gefahren, mit Anker Schimpon und da war mehr Leute, da war Samstag voll und wir waren in Aldi gegangen. Die Geschichte, ich vergesse nie, wir haben immer Schlagtuch fahren. Wie gesagt, wir waren immer im Aldi. Wir holen mal was zum Essen, wir stehen morgen früh, wir holen mal was zum Aldi. Und wir haben im Aldi was gekauft, wir haben was gegessen, ein bisschen Frühstück gemacht und in Schlagtuch. Und wir haben wieder zurück in Wiesbaden und gesagt, okay, ich koche was. Dann kommst du abends zu essen, haben wir. Waren wir ungefähr um 8 Uhr anrufen, wie weit essen. Ich sag ja, ich bin noch nicht fertig, geht mit Wiesbaden und ich sag, okay, magst du was, schnell ich hab Wunde. Sorry, du gehst immer von Mama, 100%. Aber wegen, wir machen viel Spaß. Und manchmal, wenn Mama da ist, ich sag, was dem Papa Spaß macht. Wegen Mama, will der nicht. Ich sag, hey, pass mal auf, wenn meine Frau da ist, diese scheiße Spaß macht man nicht mehr. Ich sag, okay, gut, acceptieren muss. Meine Frau, das ist kein Problem. Und das ging das immer bei mir, weil wenn Mama nicht da ist, dann macht es Spaß. Wenn Mama da ist, will der nicht. Ich hab acceptiert. Und wir haben schon was gegessen mit Onkel Fröbom, war Samstag. Und er sag, okay, wir essen fertig, wir gehen wieder zurück. Okay, wir essen uns morgen. Wir waren schon Onkel Oti. Wir haben irgendwas Party gemacht. Namensgebung. Namensgebung. Ja, umgeben ist so gut. Ja, ich meine, ich kenne ihn nicht. Und dann, der war schon gegangen. Und er war schon Party gegangen. Und er hat Ado gefragt, wo sind Brüder? Ja, die Brüder gehen nicht so gut. Und dann kommen, die sagen, die rufen alle Brüder. Die rufen auch Blüder, das ist Kofi. Ja, Kofi geht mir nicht so gut und kommt dann nicht. Und dann, dann Montagabend, kurz vor neun oder zehn, kam der Anruf von Mama. Ich hab mich daraufhin drangegangen und hat gefragt, mein Mann ist bei dir? Ich hab gesagt, nein, der ist nicht bei mir. Ich hab gesagt, frag mal vielleicht bei Ado. Ja. Und Mama weiß genau, ich bin der Einzige alleine. Die alle, die haben schon gehört, ich bin der Einzige alleine. Die kam immer zu mir. Ja. Und hat dann gesagt, nein, das ist nicht bei mir. Und Mama hat nicht weitererzählt, was passiert. Oder was los ist, was los ist. Genau. Was los ist, ja. Und er hat mir bei mir als Töpfen aufgelegt. Dann haben wir geschlafen. Dann bin ich von Arbeit gegangen. Und dann, am nächsten Tag, wir waren schon Pause mit, 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 mit Arbeitskollegen. Weißt du, die Deutsche, der kauft immer Zeitung und dann lesen. Ja. Und die haben Zeitung gezeigt. Hier, Kofi, der Mann, der eine Mann kommt aus Ghana, der ist vermisst. Kannst du, der Mann sagt, ich kenne Datorisch, warum nicht? Und dann haben sie geschrieben, der fährt mit Opern, Karibra. Ja, ich kenne dich schon, den Mann, 100%. Okay, dann hab ich ihn sofort treffen. Ich war sofort zu Hause angerufen, bei euch. Mhm. Und die waren dran gegangen. Der war so laut und, 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 und die Leute geweint und sowas. Und so was passiert. Und ich hab meinen Chef gefragt, darf man Zeit gehen? Mhm. Weil irgendwas passiert ist, okay, kannst du gehen. Mhm. Weil, weil ich bin immer, tun sich da, ich war nie spät, nie, wenn ich Zeit hatte. Dann, mein Chef ging mir Zeit, okay, gut, ich fahre zu Hause. Ich kam zu euch zu Hause. Und dann, der war schon voll mir dunkel angezogen. Mhm. Mhm. Da wusstest du ja schon, was los ist. Genau, was los ist. Mhm. Und dann, ich war draußen, auf der anderen Tür gesetzt, haben sie weinen. Wie verrückt. Mhm. Und dann kam die Tante Rebler. Mhm. Und dann hat gesagt, ja, Mann, so weinen. Frauen, ich weiß, wie gefühlt es ist. Das ist nicht so leicht. Wir waren schon im Urlaub, wir waren schon im Urlaub zusammen. Und kurze Zeit, sehr früh nachgeschöpiert. Ja. Das tut mir so weh. Ja. Wie gesagt, das ist schon damals sechs Jahre. Ja, ich war neun Jahre. Neun Jahre. Die erste Leicht von meinem Vater. Mhm. Und ich habe viel leicht gesehen. Ich meine, es gibt viele Leute, die haben gestorben. Mhm. Aber mein Vater war damals gestorben, der hat mir so, so weh getan. Mhm. Und diesen, ich weiß noch was, wir vergessen nie im Leben. Mhm. Wir vergessen nie im Leben. Oben deine Schwester hat einmal gesagt, damit er war schon klein. Deine, deine Schwester, ungefähr zwölf Jahre alt oder. Mhm. Also ein Profi, ja, wenn du sie siehst, dann bin ich immer traurig. Warum? Weil ich weiß, damals bist du so gut mit deinem Vater. Mhm. Also ja, ich weiß. Aber bekämpft das Leben. Mhm. Und ich gebe euch Respekt. Mhm. Mit deiner Schwester und deiner Mama. Mhm. Weil ihr viel gemacht. Und ich hoffe, geht alles gut. Ja, ja. Und irgendwann. Ja, sehen wir wieder. Der Papa ist gestorben, der ist immer noch bei uns. Auf jeden Fall. Der ist nie weg. Mhm. Guck mal, der Name. Ist immer noch da. Ja. Und das krasse ist, die letzten drei Tage, weil ich hab, nachdem ich mit dir telefonierte, ich hab dich ja angerufen und hab dich dann gefragt, ob du Zeit hast und so. Und nachdem ich dich angerufen hab, davor hab ich Onkel angerufen, nachdem hast du mir erzählt, dass du von Papa geträumt hast und so. Ja, ja. Und ich sag dir, nach diesem Telefonat, erst drei Tage nachdem, hab ich auch Träume geträumt, immer von Papa. Ja. Ja. Immer. Bis heute, glaub heute. Genau. Heute bis heute. Genau. Ja, ja. Und dann hab ich halt gemerkt, so ey, so trotzdem, obwohl es so lange ist, 17 Jahre, so. Ich hab auch in den 17 Jahren viele Sachen geträumt, so. Ja. 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 Und dann hab ich, in den letzten drei Tagen, war so für mich so. Ey, so. Wow, so krass. Ja. 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 So. Ich, auch mit dem, was ich jetzt hier gerade mache, so. Ich, ich weiß, ich mach das Richtige. Ja. Ja. Und deswegen. So, ansonsten. Wie war denn für euch denn die Beerdigung? Die Beerdigung für euch beide? Weil, wie ich ja vorhin erzählt hab, Onkel hab ich ja gesehen in dem ganzen Video. war ja komplett am Boden. Ich habe mir vor zwei Wochen oder so die Beerdigung angeguckt und dann konnte man ja dich extrem sehen, wie du komplett fertig warst. Ich glaube, da gab es auch eine Szene, da hat jemand dich, glaube ich, nur so ein bisschen geschubst und du bist dann fast runtergefallen. Die ganzen Freunde an sich, auch die Bilder, die ich auch in den Schügel eingeblendet habe, wo ihr ganze Freunde den Sarg trägt. Wie war das dann für euch? Okay, wir haben am Anfang gesagt, der Vater war so ein netter Mann, ein lebensfroher Mensch. Wir waren schon ungefähr fünf oder sechs Leute, wir waren immer zusammen, wie die Mannschaft und wir finden jetzt, findest du was, merkst du was? Seit dein Vater gestorben ist, hätte ich auch gleich, hätte ich auch. Das ist eine Halle. Kannst du erinnern, oder? Ja, ich weiß, ich weiß. Seit Papa gestorben ist, schon kein Auto, damals und wieder Autos. Wir gehen angaufen, wie man was kriegen kann. Wir gehen angaufen, gehen sie mit Bus fahren oder mit Zug oder mit Fahrrad. Wie gesagt, die Papa, wenn es hilft, wenn es hilft, wenn es ein Auto hat, immer. Seit gestorben ist, das ist schon alles. Wenn wir mal, zum Beispiel, wenn wir mal Container haben und der Bruder nimmt das Auto vom Firma und dann kann sie drei Tage hin und her abholen, aufladen, anladen, alles. Weil die nur sagen, nur ein paar Sachen hast du mitgenommen, du mitnimmst. Aber du merkst, ganz nackt. Er ist ein gutes Herz, er ist ein guter Mann. Nicht nur, nicht nur uns, ich glaube, ganz bis Baden oder Frankfurt, Mainz, weißt du, er war der jüngste, der damals gestorben ist. Ja, denn er ist ein guter Mann, aber ich war sehr, sehr traurig. Deswegen war er mir tief. Also ich konnte jetzt bei dir, habe ich extrem gesehen, weil der Video auf sich war. Aber bei der Beerdigung war so, auch für mich, mit neun war das so, so das, ich kann mich erinnern, als wäre das gestern noch gewesen. Weil es war so, also ich dank meiner Mutter, dass wir auch die Leiche sehen durften und so und dass wir alles komplett miterleben durften. Und für mich war das so, so ein krasses Erlebnis. Ja, wie gesagt, die erste Schmelzen in meinem Leben war, dass mein Vater gestorben ist. Und der zweite war mein Vater. Dein Vater hatte die erste Schmelzen gehabt, viel Schmelzen. Mein erstes Leben. Ich war nie im Leben. Und dann war mein Vater. Und alle Worte wissen, die Frage gestellt, wie war passiert, wie Urlaub, weißt du das? Ja, weil du warst ja da in Ghana. Genau. Die Leute haben ja geredet, Leute haben mir um Sachen erzählt und so. Ich war nicht so am Anfang. Der Derrick, ich war nicht so am Anfang. Ist, wow. Und wie war das dann zum Beispiel für euch beide? Ihr wart ja in Ghana, ihr habt das gesehen, ihr habt alles mitbekommen und dann siehst du, okay, euer Bruder ist gestorben und geht dann in den Raum, wo er seine Leiche sieht. So, wie war das dann für euch? Kann man nicht beschreiben, gehen? Ich kann nicht beschreiben. Ich fahre nur einmal. Nackt gestorben ist ein Jahr und ich habe die Brüder abgegeben. Im Grab? Im Grab. Alleine. Anfang, der Angang vom Friedhof, der Angang bis draußen. War Samstag. Dann kann ich nicht mehr hingehen. Ich versuch's minken, aber der Tag war so hart. Dann ich habe nie mehr gemacht. Bis, bis, glaube ich, in den letzten drei Jahren jemand gestorben, der war schon in den Grab. Sonst, ich kann ja nicht. Wir haben immer noch einen Hetz. Das ist schön. Und Derrick, eine Frage, wie hast du diese Idee bekommen zu dieser Geschichte? Weißt du, ist sehr, sehr interessant. Weil ich es gesehen habe, habe ich gesagt, wow, damals so neun Jahre, ja. Und jetzt wollte ich bestimmt, warum hast du diese Idee bekommen? Für mich war das so, ich wollte immer was machen, weil mir tut es ja selber so im Herzen weh, ohne Vater aufzuwachsen. So, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen. Ich habe gesehen, was zu Hause war. Ich habe gesehen, wie man, so wie das dazu gekommen ist. Ich habe alles mitbekommen. So alles, wie in Ghana, was in Ghana passiert, habe ich auch mitbekommen, weil ich war zu Hause. Dann, als er von zu Hause weggegangen ist, ich war auch zu Hause. Ich habe alles mitbekommen und das gesehen, dass dann mein Vater gestorben ist mit der Leiche und alles. Das heißt, 17 Jahre lang war ich mit viel Pain in mir drin. Und diese Pain war aber auch eine Motivation und eine Sache, wo ich sage, ich will irgendwas für meinen Vater machen, wo ich ihn ehren kann. Weil ich habe auch Videos, Bilder, Storys gehört, wie mein Vater war. Und ich weiß, dass mein Vater ein guter Mensch war und dass er auch zu Leuten auch gut war. Und auch zu uns Kindern war er auch ein guter Vater. Und ich wollte immer irgendwas machen. Und dann habe ich halt dieses Let's Talk gestartet und habe dann genau an dem Tag als Todestag von meinem Vater dieses Jahr, dann war ich, ich war, ich bin auf dem Weg zum Friedhof gegangen, vor der Arbeit. Und dann hatte ich diese, kamen irgendwelche Stimmen in meinen Kopf, so irgendwas. Und in der Zeit, wo ich dann auf dem Weg war, dieser Weg, was du gesagt hast, bin ich gelaufen und dann kam die Idee, sowas zu machen. Und dann habe ich einer meiner besten Freunde angerufen, gesagt, ey, guck mal, das ist die Idee. Er hat mir direkt gesagt, ey, lass das machen, Kameramann angerufen. Wir haben uns dann direkt innerhalb von zwei, drei Wochen, haben wir uns getroffen. Und dann haben wir das Video gemacht und dann habe ich gesagt, ich will jeden dabei haben, der, wie heißt es, der, der mein Vater kennt, der die Story kennt. Ich will jeden haben. Ich will, ich will alles wissen, was vorgefallen ist. So, ich will alles komplett wissen. Ich will alle Details wissen. Ich will nichts. Dieses, ja, ich will das nicht sagen. Ich will alles wissen, weil ich, das ist schon lange mein Herzen. So, es ist schon lange mein Herzen, dass ich wissen will, was mein, was passiert ist. Wieso, weshalb, warum, in egal welcher Art und Weise, weil ich bin ein Alter, wo ich das auch verstehen kann und wo ich das auch akzeptieren kann, weil 17 Jahre lang, ich habe mit euch noch nie darüber geredet. Wir haben uns immer gesehen, aber ich habe nie gefragt, so, so, so. Ich hätte auch immer fragen können. So, ihr hättet mir das wahrscheinlich auch erzählt, aber ich habe mir diese Zeit genommen und habe dann gemerkt, ey, ich will irgendwas machen und habe jetzt diese Situation genommen, um alle Leute reinzuholen, um, ja, darüber zu reden. Und ich glaube, auch für euch ist es auch gut, mal darüber zu reden. Und deswegen kam ich so, kam ich auf die Idee und natürlich kann ich damit auch anderen Leuten inspirieren, helfen, die vielleicht in so einer Situation sind, ähm, die auch dann vielleicht von euch lernen, die vielleicht von mir lernen, die vielleicht von der ganzen Serie lernen. Ähm, das ist auf jeden Fall die Vision, warum ich das gemacht habe und natürlich auch meinen Vater zu ehren. Das ist sehr interessant. Bei mir, ich habe, ich habe noch keine Geschichte zu erzählen, seit Brüder gestorben, ja. Meine letzte Zeit, ich habe Akku rot gedruckt. Mhm. Bis jetzt. Mhm. Das ist 17 Jahre und 18 Jahre lang, seit Brüder gestorben. Letzter Tag, wir haben diese Beerdigung, ich habe gesagt, ich trinke nicht mehr, bis jetzt. Warum? Ich will nie vergessen, wann wir haben die Brüder Beerdigung. Mhm. So manchmal die Leute fragen, trinkst du Alkohol? Ich sage, nee, ich trinke keinen Alkohol. Und ich fahre an, zu erinnern, zu erzählen, meine Geschichte, warum ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Wenn du manchmal sagst, nee, ich trinke nicht mehr Alkohol, dann trinke ich wieder. Manchmal sage ich, aber seitdem, ich will nie vergessen, egal wie viel Party oder Alkohol da oder egal was, bis jetzt. Krass. Ich will nie vergessen. Das ist meine Geschichte von dem Brüder. Krass. Also seit 17 Jahren hast du mit Alkohol aufgehört? Ja. Ich bin genau so. Krass. Ja. Bis jetzt. Nur so. Ich will nie vergessen. Nur so. Ich sage, nee, ich trinke nicht mehr Alkohol. Krass. Ich will die Leute genau nicht vergessen, mein letzter Tag ist Alkohol gedrückt. Ah, okay. Du sagst, der letzte Tag war an dem Tag? Ja, an dem Tag. Beerdigung. 17 Jahre lang. Okay. Oder? Ja, 17 oder 17. Ja, 17 Jahre. Ja, 17 Jahre. Ja, 17 Jahre. Und wie gesagt, der war Trauerfeier am Samstag, Mainz Universität. Und wir waren am Sonntag in der Kirche. Mhm. Und die haben die Familie gerufen, so ein bisschen, ein paar Worte. Mhm. Und wir waren da vorne. Wo wir gesungen haben. Ja. Mhm. Mhm. Und dann, ich war so gefühlt, ich habe noch Schmerzen. Und ich habe geschreit, gerufen, Bruder. Mhm. Ich bin sofort draußen auf der Kirche raus. Und sie haben draußen gesessen. Ich habe immer noch weiter, 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 weiter aufgetreten, die ganze Zeit. Weil, für mich das war die Beste. Mhm. Alle, alle, alle sind gut, ja. Aber für mich, der Vater war der Beste. Mhm. Dass wir jetzt erst gestorben sind. Alles so, ja, auseinandergegangen. Wir haben so viel Spaß gemacht. Mhm. Mhm. Immer dem Älger. Der war nie böse. Nie böse. Nie. Der lacht immer. Mhm. Der lacht immer. Immer. Ja, ich kann deinen Vater schon über, damals schon über 10 Jahre oder 15 Jahre kennengelernt. Damals. Damals nicht. Und der war nie am Tag Sekunde. Ich habe immer, ich mache viel Spaß. Und der ärgert deinen Vater, aber der lacht immer. Ja. 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 Und sowas kann ich vergessen nehmen. Mhm. Aber wie gesagt, deine Mama hat schon alles gemacht. Mhm. Sehr gut. Und euch ist auch gut. Mhm. Und ich habe auch viele Kinder. Und kann man nicht äh, äh, vergrößern. Du wohnst immer noch meine Mama. Ja. Wie alt bist du? 27. 27. Klasse. Wow. Mhm. 27. Und deine Füster? Die ist jetzt ähm, 26. Ja. Immer noch. Ja. Die ist schon 18 Jahre. Die vielen 18 Jahre. Die sind schon in Dachsen. Ja. Und wie gesagt, was wir hier sind. Also ich sage euch ehrlich. Ich habe auch damals, ähm, nach Hamburg ziehen können. Mhm. Weil ich hatte damals einen, ähm, Ausbildungsplatz gehabt. Ich hab aber gesagt nein. Mhm. Aber die vergessen nie, wann Papa sagst. Was sagst du Papa? Die letzte Worte. Passt mal auf, deine Mama. Passt mal für meine Mutter auf Ja. 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 Ja, quasi, deine Mama hat mir jetzt jetzt sie, wo ich sage. Ja. Pass mal immer auf. Deine Ausbildungsplatz in Hamburg. Wir gehen immer auf. Bis zum 27. Ja. Klassen Respekt. Und mach so weiter. bis ich alles gezettelt habe, dann ziehe ich aus. Das war das letzte Wort vom Papa gesagt, passt Mama auf, passt Mama auf. Hast du es schon gemacht? Mama hat gesagt, Rasta, mein Bruder hat gesagt, Rasta, pass auf mit meinen Kindern, dann Pastor Sechi, der nicht mehr lebt, aber auch bei Leid, Pastor Sechi und Mr. Kuhinu. Wir sind immer bei Yebus-Ampfennini, also Pastor Sechi, wir waren bei Mainz-Kossa, wir haben zusammen mit Mama Abend, ich, Pastor Sechi und Oma, und dann, Pastor Sechi fragt, okay, Mama soll sich entscheiden, welcher willst du nehmen, denn Mama will nicht gucken, interessiert mich, aber leider schon passiert. Mama sagt, ja, ich nehme das, Mama hat gesagt, und dann, wir haben gefragt, Papa hat auch keine Verletzung bekommen, und ja, mit der Rechnung, entweder so oder so, in der Taka, und dann kann man gut, jetzt mal, ja, okay, kann man machen, ja, Mama, Mama, Mama hat, die, Gott hat Mama geholfen, jetzt ist ein einziger Sohn, und nicht wegen Autounfall oder krank, Selbstmord, das ist, die Mutter hat so geschaffen, dann direkt ist Respekt vor Mama, Gott hat sie die Kraft gegeben, so Mama zu schaffen, guck mal, die Rich war klein, ja, die Rich war jetzt gar nicht, so, bei mir, was du jetzt sehe, noch eine, du hast gesagt, weißt du, die Rich war klein, Mann, immer immer wein,VID, ich wollte was haben, immer wein, wein, bei, wenn Mama die Rich was hab, bekommen, und die hat er alles bekommen, dann ist der Bonus, der Ich sagen, lass ihm wein, lass ihm zu wein, lass ihm zu wein, lass ihm zu wein, Mama, nein, nein, lass ihm zu wein, lass ihm zu wein, das war interessant, ja. sehr schön. Wir haben einen guten Mann für jetzt. Auf jeden Fall sehr nice mit euch zu reden, sehr interessant. Ich hätte noch länger mit euch reden können, länger noch zuhören können, aber das machen wir jetzt, wenn die Kamera aus ist. Und ich wollte euch einfach bei euch bedanken, dass ihr heute hier wart, auch auf Deutsch. Ihr habt es sehr, sehr gut gemacht. Erstmal Applaus für euch beiden, dass ihr hier wart. Und noch was? Bist du dein Vater jetzt? Ob ich Vater bin? Ja, bist du Vater. Wie Papa? Bist du Vater? Familie. Familienvater, oder? Ob ich Vater bin? Ja, dein Papa nicht da. Bist du übernommen, oder? Bist du übernommen, oder? Ja, ja, ja. Und pass mal auf deine Mama. Schon aufgepasst, schon. Aber immer noch weiter. Weißt du noch, die Mama immer, damals, wenn du Auto fährst, immer sie nebenbei. Weißt du, immer, immer, immer direkt ist der Beifahrer. Bei Mama, ja. Immer, egal wo. Wenn ich ankaufen gehe, oder egal wo. Das ist so, der Beifahrer. Wann mich das Gefühl, immer damals, wo er gestorben ist. Wo ich klein war, also ich sag, ehrlich, ich hab nichts realisiert. So, es war für mich so, jemand ist nicht da, aber ich hatte viel Angst gehabt. So, ich hatte viel Angst gehabt, weil ich konnte, ich hab auch den Auto, Auto war ja bei uns, hat der bei uns geparkt. Und meine Mutter hat sich ein bisschen noch damit gefahren. Hat die dann irgendwann gemerkt, die kann das nicht. Und dann hat sie, da bei uns war, in der Nähe war, so wie so eine Werkstatt, mit Auto, die verkauft haben. Haben die uns da hingedacht. Schäfer und Schäfer. Genau. Und ich bin immer, wenn ich dann zur Schule gegangen bin, ich hatte die zwei Optionen. Entweder ich lauf geradeaus und gehe dann nach rechts, Bus, oder ich gehe direkt nach rechts. Und ich bin immer, eine Zeit lang immer geradeaus gegangen und bin erst dann gerade nach rechts gegangen, um zu gucken, ob mein Vater drinsitzt. Ja, ja. Das war eine Zeit lang, gell? Ja, das war eine Zeit lang. So, und immer gefahren. Und als meine, also viele Situationen auch, wenn ich meine Mutter Auto fahre, erinnere ich mich bis heute noch, weil ich weiß noch eine Zeit, eine, hab ich auch vor paar Wochen, hab ich meiner Mutter gesagt, erinnerst du dich noch? Weil bei uns, wenn du noch fährst, also geradeaus fährst nach links, geradeaus fährst zum Nahkauf, das ist eine Kurve. Und in dieser Kurve hat mein Vater immer gesagt, bei meinem Mutter Führerschen, hat immer gesagt, ey, du gehst zu nah an den Autos, weil du kannst direkt in hier parken und du gehst dann hier so in die Kurve. Okay. Und immer wenn ich das sehe, erinnere ich mich an das, an diese, weil ich war da auch in diesem Auto drin. Und wir haben immer diskutiert, immer diskutiert. Ich habe auch letztens ein paar Wochen mit Fahrrad gefahren, mein Auto war in der Stadt. Und ich war immer aus dem Angang. Und ich erinnere ich mich, ach, das ist gut. Ja. Weißt du noch, damals, seit 40 Tagen, wenn ich nicht alleine war, dann war ich immer mal. Immer von der Arbeit, ich gehe nach Hause, duschen und dann bis die Oma kommt. Ja. Weil wir waren auch eine Zeit lang, ich glaube, wir waren nicht zu Hause, wir waren bei Tante Belinda waren wir die ganze Zeit. Die ganze Zeit und dann irgendwann sind wir dann nach Hause gekommen. Genau, dann 40 Tage lang immer. Ich war bei Mama und ich warte bis die Oma, weißt du nicht? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Die andere, die andere, die andere, die andere, die andere Oma. Ja. Die Mann, wir haben eben gesagt, die Quartin. Quartin, ja. Quartin, ja. Ja, der kann nicht so gut sein. Ja, der Name ist ja. Quartin, ja. Quartin, stimmt. Ja, Quartin. So, sehr interessant, was ich gemacht habe. Danke euch, auf jeden Fall. Ja, gut. Und, ja, sehr interessant. Was sagst du? Gut, mit Hilfe, wer brauchst du? Danke. Ich bin da, ja. Immer da, wenn du bist. Wenn du Fragen kannst du immer fragen, dann wollte ich mir ein bisschen. Kannst du fragen. Auf jeden Fall. Danke schön. Okay. Das ist gut. Danke schön. Bitte schön. Danke schön. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke.